grüßt immer mehr Döner und grüßt immer mehr acht und saftigen geilen Döner aber so wenigstens zu draußen sind und auch kommt sage ich deutscher das geht nicht mit deutschland und wie ihr macht mir nacheinern da gibt es in die Schelle von Feinzen Elbogen gleich hinterher guck mal Team Rot gewinnt meine Freundin hat geschrieben Schatz so was geht hiermit grüß ich dich Schatz ne meine Süß und so weiter was machst du denn hier nach so weiter muss aber sterben geht gar nicht dass sie hier rum und schützt auch und zumal den hat man den hat man den hat wo diese scheiß Heidelberg Ich bin hier kurz hier heilen Komm, greif den mal an, ihr Lutscher Oh mein Gott, da sind so welche Noobs hier Alter Willst du mich völlig verarschen Oh Scheiße auf den, ey Kriegt der keine Sau fertig Oder warte mal Ist die doch eine Chance trainieren fertig zu machen Das war wohl nix Das wird nix, das wird nix, das wird nix Das wird nix, das wird nix Aber das wird nix mehr Scheiße auf den Wir gehen hier weiter, Fragmente sammeln Ja, der kommt jetzt hierher, um uns alle zu killen, ne Weil wir schicken ja die Fragmente darüber Danke Bruder Ähm Ah mein Gebet ist alle Pkh 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 Wird mich nun völlig verarschen Pkh Alter siehst du nicht dass ich irgendwie 50.000 erblieben da gibt sie so mal Power eine Verlömer zwanzig Schleswig-Holstein sogar vor Ort dass sie noch wie ein Auto mit 100 PS es die ganze Stampe Bruder das liegt aber auch später ein Blasen euch jemanden killmann ist hier niemand die ist immer noch hier achte Scheiße achte Scheiße der sehr von die man ja und mit damit zum Gegner junger das wird nichts nach dem Lutsche schützten hatte wie komme ich jetzt meine gebets Punkte wieder voll ich glaube gar nicht oder neuer 520 von denen nicht ich glaube wir sind die kann man nicht voll machen überlegen 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 ja wir haben so oder so gewollt der schon zweimal gestorben der in diesem sein wird schon das das thema alle an alle dann die 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 ich die das ist einfach das ist das ich müsste auch mal ein paar Titane holen Ich muss auf den aufhaken Ja, deswegen Es war mir so klar, dass ich das mache Du wirst nicht machen Ey, can you stop kill me? Oh, der ist in Lutsch Alter, du bekommst mich nicht kalt verpisst dich Er sagt gut fight, das war nicht mal fair, aber auch nicht Sag euch, warum das nicht fair war, weil ich ganz geflüchtet habe, weil ich mich gehalten habe Oh, weil diese Lutscher... Ja, okay, eins gegen eins, aber trotzdem Ja, herzlichen Titan, ja, okay, aber Ja, okay, es war fair Das ist einfach so, ja Ich will mir immer noch ein Fragment, damit ich alles abgehen kann Avatar Level 64, wenn ich jetzt 40 Fragmente dem geben müsste der 24 werden Soweit ich weiß Ach, ich weiß, mal gucken Ja, 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 genau, komm auf mich, hast recht Mal gucken, ob ich das schaffe Ah, mal gucken, ob ich das schaffe Ey, das ist so ein Massaker hier, ne Jetzt? Zwölf, oder? Ja Ein Fragment, ein Level vom Avatar Ein Kino Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ach, du Scheiße, guck mal wie viele Knochen hier liegen, ne Junge Das ist das, ey, was wird noch Ey, was da los, Junge Ich bin der Ich bin der hier alle Masse Ach, du Scheiße, wie mit fett mehr man geht sie sind so dumm sie nehmen die das dort drüben nicht einhalten das ist nicht so Torhüttes aber Tato kommen immer wieder neue Leute was ist das auf einen die Schnappischen Fäde er wird die Straßen nur noch zu dem Rande ist Schatz oft die Schmuggie Stern die Lützer nur bei Erfangen Schöner Aktivitätsbeid in der Urlaub Scheiße gelaufen was scheiße gelaufen Junge ja leute was was jetzt aber kann er will und treiblich an und ich kann Komo Volperik hat was zu tun das ist und gibt da eine nur drei fragmente ab er gibt nur ein paar da das wird schon der Penis sehr froh dass er aber teilt Level 98 und dieser einmal gestorben eigentlich welches vermeiden das sind nicht mehr aber trotzdem kann ich jetzt mindestens drei Folgen ich glaube das reicht doch aber ich habe auch die Spiele wieder hier da ist okay ich mache da aber der Läse zu dass jemand ganz schön gesammelt was wenn man 100 Stück hat ist sowas scheißegal man schätzt man auf alles die bekämpft jetzt diese Lutsche hier die die bete die 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 wenig kämpfe der ja genau heilig weiter andersherum was los was da los jungen und eine heilige genau das setzt er ist so gut später kommt er mit dem auch in der UF-Jungen jetzt geht es auch voll aufs Maul das heißt es schon ja das heißt er macht Platz der Boss kommt Alter jetzt stimmt auch noch um diese das sieht aber so geil aus dem so schnell so leute kalt bekommen da kann ich mal irgendjemand die 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 scheiß denn bis zu tun ja so sieht es nicht aus was soll der wird jetzt einen speziellen angriff auf nicht verbrauchen oder der wird einfach nicht sterben heilig nicht mal jemand bitte ja ich schätze hier alles zauber machen oder was ich bin aber auf jeden Fall tot oder oder ich schlacht den so aus wenn der jetzt oh mein Gott ja scheiße guck mal den ist das ist scheißegal ob die verlieren ne Hauptsache die killen jetzt noch ein paar Leute ja das ist ja los bei denen ich auch gewundert wenn ich nicht gestorben wäre nachdem ich da paar tausend Leute um die nicht die 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 ich weiß warum das zu voll weil es so ist es das geht das jetzt kommen zum Kampfgebiet bei egal zwei Minuten die überlassen die 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 acht die mich ist die liegt laut vier die diese die keine Ahnung gar nicht um singt jemanden hätten was ist das ist ein Verpacker mitten auf der Karte um nur diesen Fickler sich verarschen immer zurück Junge das der High-Leveler wieder er ist frei Hado Bands Sohn die Dachte der Kinder da muss stehen nach der ist ausgelockt so Leutscher ja danke so leute das war es mit Zorro aus oder Seelenkrieg um wir werden das beim nächsten Mal weiter gucken wie das dann läuft und so ich muss mal nächstes Mal weiter planen ja ich würde mal sagen dann ja das ist scheiße bei der 50. Minute aufzunehmen aber ich schneide das mal so dass das alles so gut kommt dann werde ich mal sagen da würde ich mal sagen bis zum nächsten Mal und diesmal mache ich es bisschen schneller also werde ich öfters aufnehmen ähm ich muss mal gucken wie ich meine Freundin darüber reden kann dass sie mal da ne Auge zudrückt bevor sie mir eine Schelle gibt oder so dann werde ich mal sagen ja Adios Amigos